Einst liebte ich euch, Ophelia. Während vorn auf der Bühne die Gefühle noch zwischen Sein und Nichtsein schwanken, hat ihr Gefühl schon für Zevers Softies gesprochen. Vergleichen auch Sie Softies mit dem weißen Papiertaschentuch, das Sie kennen. Denn Softies sind mehr als weich, sie sind soft. Das ist das Größte an Softies. Und das Neueste ist die Bocke Tüchertasche. Fünf originalgroße Softies, verschwindend klein verpackt. Ob fünf, ob zehn, das ist ganz gleich. Softies ist immer mehr als weich.